Muss ich um meine Rente fürchten, wenn ich aus dem Westen in den Osten Deutschlands umziehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe kürzlich eine ganz kuriose Frage bekommen. Und zwar, ich wohne in Hildesheim. Ich beziehe eine Rente wegen Erwerbsminderung auf Dauer. Das Leben hier ist sehr teuer. Ich will nach Görlitz in der Schöne Sachsen umziehen. Muss ich Angst um meine Rente haben oder wird meine Rente deswegen gekürzt, weil ich aus dem Westen in den Osten Deutschlands umziehe? Ich habe so etwas in einem Forum im Internet gelesen und bin total verunsichert. Nein, Ihre Rente wird natürlich nicht deshalb gekürzt, weil Sie von Hildesheim nach Görlitz ziehen oder von München nach Rostock. Das ist kein Kürzungsgrund. Die in Ihrem Rentenbescheid ausgewiesenen und festgestellten persönlichen Entgeltpunkte, die ja Grundlage der Berechnung Ihrer monatlichen Altersrente sind, sind von Ihrem Wohnort in Deutschland völlig unabhängig. Entscheidend ist nur, ob und wie die Berechnung der Monatsrente in Ihrem Rentenbescheid erfolgte. Die Rentenhöhe aus einem feststehenden Rentenbescheid kann nur unter Maßgabe der § 44 SGB X im Wege einer Neuüberprüfung oder Aberkennung der Rentenleistung festgestellt werden durch die Rentenversicherung. Aber dazu gehört definitiv nicht der Wechsel des Wohnortes von A nach B innerhalb von Deutschland. Eine Änderung der Rentenberechnung gibt es nach aktueller Rechtslage bei einem Wohnortwechsel von West nach Ost nur bei einer Einkommensanrechnung im Zusammenhang mit einer Witwen- oder Witwerrente. Denn mit dem Wohnortwechsel West nach Ost oder umgekehrt ändert sich nämlich der Freibetrag für die Einkommensanrechnung West oder Einkommensfreibetrag Einkommensanrechnung Ost. Das heißt also, wenn ich von Hiltesheim nach Görlitz ziehe und ich habe eine Hinterblieben eine Witwen- oder Witwerrente, dann bekomme ich im Rahmen der Einkommensanrechnung wohnortbezogen den entsprechenden Freibetrag Ost oder den entsprechenden Freibetrag West. Ich hoffe, ich konnte Sie beruhigen und Ihnen mit diesem Video helfen. Also Ihre Rentenhöhe bleibt bei Umzug Hiltesheim nach Görlitz gleich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Rente ist nicht in Gefahr, wenn Sie von West nach Ost oder von Ost nach West innerhalb von Deutschlands umziehen.